Alles klar, ich richte nochmal an. Joins for Candy. Ne, der heißt Pommes for Free, der Channel. Annabelle ist auch schon drin. Ähm, ja gut, Stream ist online. An der Stelle begrüße ich euch mal alle, falls jetzt schon jemand zuguckt, falls noch nicht, dann auch Pech. Äh, egal. Äh, ja, falls ihr auf YouTube die Wiederholung seht, auch Hallo dazu. Heute mal wieder Golf for Friends. Diesmal mit Philipp. Moin. Annabelle. Hi. Und das Beste kommt zum Schluss meiner Wenigkeit. Äh, bin ich gefallen? So, warte mal. Äh, nee, scheiße, das wollte ich gar nicht. Äh, ich wollte, äh, die Einstellung in der, ähm. Oasis, Player, Back, Start. Ach, kann ich gar nicht. Ich hab jetzt, ah, fuck. Ach, nee, da, Custom. So. Stopp. Das machen wir an. Ey, wie haut man hier? Retrie, Gravity, Single. Äh, du musst, äh, die linke Maustaste gedrückt halten und dann nach oben ziehen. Achtenzahel. Okay, wollen wir starten? Jetzt könnt ihr, wenn ihr, äh, am Rollen seid, auch mit Links-Click springen. Okay. Springen? Ja, das geht. Wenn du, zeig ich dir gleich mal. Warte mal, lass ihn mal zuerst schlagen und zeig ich's dir. Warte. Warte. Da, bin ich rübergesprungen. Mit Links-Click kannst du nämlich springen, wenn ein Ball am Rollen ist. So. Ja. Ja, was macht ihr denn da? Hm. Ähm. Hallo. Du musst mich gar nicht drücken. Ach, ich geh jetzt hier lang, ey. Ja. Sehr schön. Warum bin ich schlecht? Oh Gott. Geh rein, da. Yes. So ein Cheater. Oh. Ich hab noch gedacht, oh, hoffentlich war er es nicht zu lasch. Nein, war richtig. Ach, du Schande. Hä? Scheiße, war zu wenig Power. Nein. Nein. Oh, verdammt, ey. Gibt's ja nicht. Schnell. Oh, ja toll. Ja, toll. Ja, ich bin drücken. Ja, aber immerhin hat Philipp besser abgeschnitten als ich. Hättest du meinen ersten Schuss gesehen? Ja. Genau. Oh, Mann. Ja, diese Strecke hab ich verkackt. Anderbill dreht nochmal extra Runden. Okay. Da muss man mit ein bisschen mehr spielen. Was ist das denn? Juhu. Ja, 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 ja. Ja, toll. Ach, schade. Ach, schade. Wobei. Ja, toll. Ach, schade, nee, das bringt nichts. Kacke. Was macht Philipp da? Ja. Was? Was machst du da? Ja, ich bin, ich lieg hier so beschissen. Oh, jetzt lieg ich gerade. Alles klar. Ja, so geht's auch. Ja. Na. Oh. Oh. Jetzt aber. Wie viel hab ich denn gebraucht? Neun. Neun. Bin ich schlecht. Wo muss ich denn da hin? Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ja. Oh. Ja. Schade, geht nicht. Das von mir war richtig schlecht. Oh, lol. Ich hab wieder aufgeholt. Oh, der Scheiß-Sprung. Oh, da musst du... Oh, ja. Genau, da musst du ein bisschen mehr. Es liegt drauf haben. Oh, ja. Ja, ich bin auf die andere Bahn. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Oh, lol. Hör, wieso hüpft mein Ball? Weil du mich angeschlagen hast. Ja, toll. Ja, toll. Das verkange ich ja richtig. Oh, nee, 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 nee. Oh, Gott, ey. Oh. Das war schon... Hallo? Stopp, 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 stopp. Oh, sehr schön. Leck, ne? So. Jetzt. Geschafft. Oh, doch, sehr schön. Bis drüben. Nun, vorbei. Ein Schlag hast du noch. Wenn du jetzt nicht reinmachst, kriegst du 14 Punkte. Wo lieg ich denn? Ja, sehr schön. Hast du auch nur 12 bis 15. Ey, nur 18, 19, 35. Ach, scheiße. Ist das denn? Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ach, Mann, verdammt. Nein. Nein. Es gibt's ja nicht. Nein. Ja. Oh. Annabelle. Und ich gleich stand. Oh, zoll. Oh, das war zu schwach. Und das war wieder zu doll. Gott sei Dank geht das doch runter. Ey, nur 6. Hm. Ach, du Scheiße. Äh. Halt! Bin ich hier richtig? Sehr schön. Da kannst du auch überspringen. Ich muss mal was gucken. Wo muss ich denn da hin? Einmal da drauf. Hä, wo geht das hier lang? Einmal hoch. Du musst jetzt einmal ein bisschen mit Schmackes hochschießen. Oh, doch nicht so. Du musst halt die Wand hochschießen. Mit ein bisschen mehr Wumms. Ich hatte Wumms. Ja, aber nicht genug Wumms. Oh, klar. Ja, siehste, geht doch. Das war zu doll. Oh, schon wieder unten. Nein. Oh. Hier war übrigens auch die Karte, wo ich kaputt gemacht habe. Oh, ja, ja. Ja, Philipp, ein Schlag noch. Hallo, wie sollt der nicht geschossen? Oh, Mann. Ey, raise the limit. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Oh, ich kann nicht treffen, ey. Ja, das ist... Das erste Spiel hat jeder verkehlt. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich habe eine... Oh, lol. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Ja, toll. Hm. Annabelle und ich. Ich dachte, ich schaffe das mal mit einem. Aber ich wurde ja von irgendjemandem weggestoßen. Ja, von Annabelle. Ich habe es gesehen. Nein. Oh, sehr schön. Ja, schieß mich durch die Gegend, ey. Halt. Ja, toll. Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Nein. Ja, toll. Oh. Oh. Nein. Sehr schön. Geh rein, geh rein, geh rein. Nein. Nein, nein. Ja, das war gut. Nein. Ja, doch, schaffst du doch. Alles gut. Vier, vier, vier. Ja, lol. Ey, meiner wird immer nicht gerade. Yes. Nein. Wenn wir gleich die Wüsten-Map machen, da gibt es ja eine Karte, wo ich immer grundsätzlich verkacke. Philipp, bevor du schießt. Ist mir egal, ich knall jetzt dagegen. Okay. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Das war zu viel. Ach, shit, ey. Muss ich denn da hin? Du musst hier, die Seite neben mir, wo ich bin. Musst du am besten rüberspringen. Ja, toll. Ja, nicht so rüber, ne? Sollst kein Backslip machen. Ui. 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 Ja. Hey, ich hab eine Errungenschaft gekriegt. Oh, lol. Oh, lol. Hier schon wieder neun. Oh Gott, ja, ähm... Äh? Uff! Nein, zu doll! Ich bin drüben! Nein! Sehr schön, ha! Ach, ich hab's auch mit drei geschafft. Und, äh, jetzt kommt dieser Scheiß. Ach, du Schande. Ah, ja, okay. Hacke! Warte. Dong! Dong! Ich hab gesheetet! Nein! Wieso hab ich vier? Weiß ich nicht, warum du vier hast. Hä? Oh Gott, ähm... Wie war das hier? Dann musst du... Hm. Ja, das war ja schon mal nix. Gut, das war das. Oh, das war zu stark. Oh, oh, nein. Scheiße! Nein, nein, nein. Nein. Ah, verdammt. Shit, auf dem Boden. Nein! Denk in das Loch! Ja, ist mir auch passiert. Nein! Ja! Oh Gott, ey, war das knapp. Nein! Nein, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Oh, oh Gott. Du darfst nicht in die falschen Löcher kommen, ne? Mitten rein da! Ja, der war gut. Oh, der war sehr gut. Trotzdem schon wieder neun. Ja, das ist erst... Zählt er bei mir irgendwie immer doppelt? Ach, du Scheiße. Na, toll. Na, halt! Oh! Mann! Sehr schön. Ey, meiner hüpft gar nicht so schnell. Okay, doch. Wo ist denn das Loch? Oh, Mann! Ja, in das Hüpfen muss man erstmal reinkommen. Wie ist denn das Loch da so in der Mitte? Oh, Anderbeer hat dich rausgekickt. Oh, sehr... Oh, Loch! Ist das mies! Kacke! Ja, ich bin drin! Sehr schön. Aber hast du wieder neun Schläge gebraucht, Alter. Die neun, die ist ja auch deine Lieblingszahl heute hier, ne? Ja. Boah! Abgesoffen. Nein! 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 Ohohohohoho! Ja! Ja! Jetzt hört man auch mal was. Wunder mich schon. Irgendwie ist das jetzt eigentlich ausgewiesen. Hilf! Ich hab schon 100... Oh Gott, ähm... Was ist denn das Ziel? Oh! Nein! Ah! Nein! Stopp! 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 Ja! Oh! Sehr schön! Toll, ich hätte es fast mit zwei geschafft. Wart Annabelle ein? Ja, Annabelle... Ah, nein! Was ist das denn? Da musst du auf das Ding raufkommen. Ja! Haar gegen das Sägeblatt. Okay. Wenn das nächste Mal das Sägeblatt... Ja, ich hab's geschafft. Jetzt. Ja, toll. Jetzt kommen ja auch noch Baumstämme runter. Ohohoho! Ja. Ja, toll! Ah! Nee! Nein! Ja, und wieder... Nein! Die werden hier gepinballt. Oh, toll. Nein! Yes! Warum nicht? Nein! Warum nicht? Nein! Nein! Die werden wieder gepinballt. Juhu! Nein! Juhu!